Die Europawahl am 7. Juni fällt in die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Hinter den nackten Zahlen der Krise stehen auch bei uns in Bayern ganz persönliche Sorgen. In diesen schwierigen Zeiten müssen wir zusammenstehen und gemeinsam beherzt handeln. Dafür brauchen wir auch ein starkes und handlungsfähiges Europa. In Deutschland müssen wir für eine steuerliche Entlastung der Bürger sorgen. Die Wirtschaft braucht klare Regeln, gerade auch für Manager. Und in Bayern wollen wir Arbeitsplätze sichern. Dabei darf uns die EU nicht mit immer mehr Bürokratie belasten. Nur ein bürgernahes Europa ist auch ein starkes Europa. Deshalb fordern wir Volksabstimmungen. Volksabstimmungen, wenn wichtige Zuständigkeiten an Europa übertragen werden. Das gilt auch bei künftigen Erweiterungen. Einen EU-Beitritt der Türkei lehnen wir ab. Liebe Bürgerinnen und Bürger, gerade in der Krise wollen wir in Bayern unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Dafür braucht Bayern seine eigene Stimme in Europa. Handeln auch Sie beherzt. Gehen Sie am 7. Juni zur Europawahl. Wählen Sie die CSU. Nur wer CSU wählt, gibt Bayern eine eigene Stimme in Europa. werden wir in inflammaß directed. Er bilden Sie sich ins Anfamilorien beherrvendiget. Sie geben Sie zu Ab potencial,